Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich habe heute die Freude, euch einiges über die zweiten Leicastor Nürnberg Erlebnistage in diesem Jahr zu präsentieren. Seit ca. 72 Stunden ist das Buchungssystem offen und weil ich weiß, was da jetzt schon los ist, werde ich ein bisschen was über das Programm an euch weiterreichen. Also, dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es ist angerichtet, so kann man es wirklich sagen, die zweiten Leicastor Nürnberg Erlebnistage 2024. Das Programm steht so gut, wie man es jetzt schon sagen kann. Es ist jetzt schon sehr umfangreich. Wir gehen noch ins Detail. Und im letzten Jahr war ich ja Gast und es gibt reichlich Videos auf meinem Kanal, wo ich es angekündigt habe, auch wo ich im Grunde einen Rückblick erstellt habe. Das verlinke ich gerne nochmal hier oben. Alle Links zu dem Video findet ihr im Übrigen jetzt unter diesem Video. Und ich habe mich sehr gefreut, vor 72 Stunden haben sie das Buchungssystem aufgemacht und ja, von den 120 Plätzen, die es geben wird, sind bereits 40 Plätze weg. Und deswegen dachte ich, ich muss ein bisschen schnell sein, um auch euch, dir die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Was ist geplant? Das Ganze findet statt vom 26. bis 28. Juli in Nürnberg über den Leicastor Nürnberg. Wie gesagt, 120 Plätze sind da, 90 sind es derzeit. Zum Programm geplant sind, das kann sich alles noch ein bisschen verschieben, elf Vorträge, circa sechs Workshops und geplant sind auch mehrere Stadtführungen. Wer das Video aus dem letzten Jahr kennt, da habe ich ja schon gezeigt, was für ein umfangreiches Programm. Und ich habe ja auch ein bisschen, war ich in der Diskussion beteiligt, wie groß soll man werden nach dem enormen Erfolg im letzten Jahr. Und ich freue mich sehr, dass es in dem Rahmen bleibt, wie wir es ja letztes Jahr kennengelernt haben. Es soll Workshops geben, ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn ich hier eine Mitteilung habe, die sind noch nicht so ganz fix. Aber kommen wir erstmal zu den Referenten. Was ist da überhaupt geplant? Was erwartet euch da? Wir haben auch die Namen der Referenten, sind hier unter dem Video für euch ersichtlich. Wir haben, aber freue ich mich sehr darauf, ihn endlich mal kennenzulernen. Robin Disselkamp wird da sein. Joe Greer wird da sein, dem einen oder anderen sicher einen Begriff. Markus Keck. Dann meine Wenigkeit. Es wird Workshops geben, es wird Vorträge geben. Ich kann so viel schon mal verraten. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Themen, ihr solltet ja auch auf die Seite gucken, das wird alles. Die Details kommen jetzt noch, worum geht es, was genau machen die einzelnen Herrschaften. Aber ich kann zumindest verraten, dass, ich will nicht sagen mein Vortrag, sondern es wird ein unser Vortrag geben. Und ich freue mich sehr, dass sich das so ergeben hat, dass ich mit Herbert Piel zusammen bei den Erlebnistagen einen Vortrag machen werde. Und ich glaube, Herbert Piel muss sich nicht vorstellen, hat mich sehr gefreut, denn das war seine Idee. Und wir nennen das Ganze mal zwei Welten prallen aufeinander. Mehr werde ich hier nicht verraten. Und wie ich immer so schön sage, das wird sicherlich spannend. Und wer Herbert auch kennt, ein Mordsgeschichtenerzähler. Es wird, ich glaube, sehr unterhaltsam und auch spaßig und hoffentlich auch lehrreich fürs Publikum. Also Herbert und ich sind da zusammen auf der Bühne. Und zu den Workshops, die noch nicht so ganz fix sind, soll es eventuell eine analoge Filmentwicklung vor Ort geben. Auch das Thema Analog wird ausgebaut, gegebenenfalls eventuell mit Joe Greer durch die Innenstadt zu ziehen. Und mit Samuel Ioannidis vom Nürnberg Unpost Kollektiv durch die Stadt ziehen. Also das Programm wird sich noch erweitern. Darüber hinaus auch für die Partner und Partnerinnen wird ein Rahmenprogramm stattfinden. Auch das hatten wir ja im letzten Jahr schon. Es gab Stadtführungen, die sehr, sehr gut waren mit einem ganz tollen Stadtführer in Nürnberg. Meine Meinung zu Nürnberg kennt ihr ja. Eine ganz wunderbare Stadt. Auch für diejenigen, die mitkommen, die sich nicht so für Fotografie interessieren, kann ich auf jeden Fall sagen. Der Leica-Store und auch der Vortragsort, wo die Vorträge stattfinden. Das ist das Hotel Das Paul. Die haben dieses Untergeschoss, wo es auch letztes Jahr stattgefunden hat. Also bewegte Bilder. Guckt einfach mal auf meine Videos aus dem letzten Jahr. Sehr, sehr kuschelige Atmosphäre. Und alles ist fußläufig zu erreichen. Also Leinen Leica-Store, Vortragsort, Hotel Das Paul sind zwei Minuten, maximal drei Minuten. Und auch die Innenstadt an sich sind alles innerhalb von fünf Minuten fußläufig zu erreichen. Und das wird auch in diesem Jahr so sein, dass der Leica-Store immer der Anlaufpunkt sein wird. Von dort werden die Workshops losgehen. Das wird immer der Treffpunkt sein an den drei Tagen. Und darüber hinaus wird es Produktvorführungen geben. Das Team, das wirklich tolle Team des Leica-Store ist natürlich die komplette Zeit da ansprechbar, der Store ist offen. Und das ist einfach die Chance und dafür werbe ich ja immer. Das ist der Leica-Store Nürnberg, aber es ist jeder willkommen, jeder Fotografiebegeisterte. Und darum geht es ja auch, wenn man die Referenten sieht. Es ist, denke ich mal, für jeden spannend und interessant, einfach dieses bunt gemischte Programm zu erleben, was mitzunehmen. Und ich verspreche euch, was ganz großartig ist, einfach der Austausch, die Leute, die da waren. Ich habe das ja selber im letzten Jahr als erstmalig mitgemacht. Das wird eine wunderbare Zeit werden, mit vielen Gesprächen, alles hautnah zum Anfassen. Und auch wer zum Beispiel sagt, das Thema Leica finde ich ja schon sehr interessant. Ich würde mich da gerne mal mit beschäftigen, mich austauschen. Das ist die Gelegenheit, in dem Rahmen einfach auch in den Store zu gehen, alles mal anzufassen, mal in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, sich beraten zu lassen. Das Team ist wirklich super locker, super kompetent. Ich bin auch von Donnerstag reise ich schon an bis Sonntagvormittag da. Ich werde da auch die ganze Zeit ansprechbar sein, auch im Store natürlich. Und ich lade jeden ein, sich dort vielleicht mal mit dem Thema zu beschäftigen. Das wird ein tolles Paket sein. Es gibt kulinarisch abends so viele Möglichkeiten, wo wir mit Sicherheit sowas im letzten Jahr auch und zusammentun werden, gemeinsam essen gehen. Und man kann da immer mal wieder auch weg und zurückkommen. Es ist alles fußläufig. Zu den Hotels, auch selbst wenn ihr ein Hotel, weil ich war ja im letzten Jahr dreimal da, direkt am Nürnberger Hauptbahnhof ist zum Beispiel das Motel One. Und ich glaube, das Leonardo heißt das andere in beiden Hotels war. Ich kann es sehr empfehlen. Und selbst von da ist der Leica-Store fußläufig zehn Minuten entfernt. Und das ist das Schöne an Nürnberg. Es ist sehr geballt alles. Ihr könnt eigentlich jedes Hotel nehmen und seid schnell zu Fuß am Leica-Store, am Vortragsort. Darüber hinaus hat die Stadt dann auch noch in dem Zeitraum, findet das Badentreffen statt. Kenne ich selber noch nicht. Aber auch da werden sich natürlich tolle Motive ergeben. Also Baden, Musik, Stände, sodass man da sicherlich auch erstmal sowieso eine gute Zeit verleben kann abends, aber halt dann auch noch losgehen kann, um neue Motive zu kriegen. So, jetzt muss ich mal bei meinem Zettel gucken, weil ich nichts vergesse. Und auch natürlich oben über dem Leica-Store ist ja die wunderschöne Leica-Galerie. Also auch die ist geöffnet. Man kann sich dort tolle, tolle Bilder anschauen. Und das lädt in jedem Fall ein. Das Ganze wird aufgeteilt sein circa ungefähr so, dass am Freitag, den 26.07. fünf Vorträge stattfinden plus Workshop, dass am Samstag, den 27.07. da bin ich zum Beispiel mit Herbert Piel dran. Vier Vorträge, es wird Workshops geben, es wird Produktdemos geben. Am Sonntag, den 28.07. dann noch zwei Vorträge und auch Workshops. Also es sind wirklich drei, drei volle Tage Programm. Und jetzt natürlich das Wichtigste, das ganze Paket. Also Vorträge, Workshops, Produktdemos für die drei Tage 99 Euro. Und ja, vor 72 Stunden haben der Michael Bierenbacher das im Donnerstalk vorgestellt. Und ich glaube, an dem Abend sind gleich 40 Buchungen weggegangen. Deswegen solltet ihr schnell sein, euch da ein Ticket sichern. 99 Euro, denke ich, für die Mannschaft, die da am Start ist, ist wirklich ein Bombenpreis. Und freue ich mich auch sehr. Hotel kann man über Booking gucken, dass ihr schnell ein Hotel bucht. Selbst wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher sein solltet, die könnt ihr ja stornieren. Und sichert euch ein Ticket. Und wenn was dazwischen kommt, kann man mit dem Leica Store Nürnberg immer reden. Weil es wird mit Sicherheit auch da eine Warteliste geben, wie das ja auch bei vielen Workshops, kenne ich ja aus eigener Erfahrung ist, halt immer so ist. Das Programm, wie gesagt, das ist das, was bis heute, Samstag, den 13. Januar mittags, jetzt erstmal festgezurrt ist. Das kann sich noch ändern. Deswegen lohnt es sich sicherlich, einfach den Newsletter zu abonnieren vom Leica Store Nürnberg. Und dort werden jetzt immer wieder über die nächsten Monate, und wir sind ja wirklich jetzt Juli, wir sind ja früh, wir sind im Januar. Ich denke mal, das kann sein, da kommen noch Programmpunkte dazu. Die sind ja immer voller Ideen, von daher habe ich da vollstes Vertrauen, dass sich da keiner drei Tage langweilt. Und ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass ich wieder eingeladen wurde. Ich freue mich natürlich super, mit Herbert Piel was zu machen. Das wird wirklich, wirklich, denke ich mal, unterhaltsam. Und auch alle anderen kennenzulernen, alle anderen, die da sind, wie gesagt, schaut auf die Seite. Ich verlinke unten nochmal was. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und dann würde ich mich sehr freuen, vielleicht auch den einen oder anderen Überraschungsgast hier oben aus dem Norden, da unten zu treffen. Ich verspreche euch, auch wenn ihr nicht oder noch nicht mit Leica fotografiert, absolut lohnenswerte Veranstaltungen. Ihr habt ja gesehen, das gehörte im letzten Jahr zu einem meiner Highlights. Und von daher habe ich mich sehr gefreut und wollte auch jetzt schnell sein, um euch das vorzustellen, bevor alles weg ist. Ja, schreibt gerne mal drunter, wer kommt, wer überlegt oder wie es aussieht, würde mich sehr freuen. Dann kann ich schon mal selber mich auf den einen oder anderen einstellen, fürs Leibliche und wohl wird da auch gesorgt sein. Auch da habe ich vollstes Vertrauen. Also das, das Programm 2024, zweite LeicaStour Nürnberg Erlebnistage. Jetzt geht's los und ihr könnt loslegen. Unten sind die Links. Ich hoffe, das war wertvoll. Ich freue mich auf euer Feedback und natürlich auf ein persönliches Treffen. Werdet und bleibt gesund, macht was Schönes und wir sehen uns die Tage, ihr Lieben. Und tschüss. Werdet und bleibt gesund, macht was Schönes und wir sehen uns.